Das ist schon dein Gerät, ne? Sieht man das? Ja, nicht ganz. So richtig grün ein bisschen und nicht im Gesicht, aber halt kommt! Nee, weil wir ja heute sowieso schwarz-weiß sind, das ist halt eh wurscht. Also Farbe haben wir heute nicht. Farbe ist ausgegangen. Ah, schade. Ja, das ist das tricky an dem Ding, ne? Was war jetzt dein? Was war meins? Das vordere ist deins. In erster Reihe stehst du immer nur. Okay, wow, 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 cool. Guck mal, 1,295 Milliarden. Wir haben schon gewonnen. So, the loser starts the game and that's not me. Soll ich dir mal ganz kurz einen Abriss geben, worum es geht, oder willst du noch nicht? Mach mal gleich. Komm, mach weiter. Ich hole gleich den. Du hast schon mal einen Win hast du schon mal im Sack. Super cool. Guck mal, das ist jetzt. Hey, Drakestar 87. Hey, guten Abend. Andi und Basti, yeah. Genau, Flori ist krank. Der alte Florian, der. Ja, der alte Schürzenjäger. So, jetzt aber. Weee, kick. So, Marschens. Marschens Attack. Nach dem Lied können wir das Radio wieder leiser machen. Na ja, mach mal. Alles cool. Tippi, da ist er ja. Der Flori, der alte Saukopf. Flori. Flori, man hat die schon vermisst hier, du. Komm, direkt die Marsiana hier für dich. Die alte Saufbirne, du. Mensch. Also, Flori, ich muss dir sagen, da verpasst du was. Boah, das ist auf jeden Fall, Flori. Setz hier wieder ein Auto. Komm. Eine super geile Maschine. Sonst schicke ich dir die Ela, die holt dich ab. Wenn du nicht mehr fahren kannst. Sag was. Sag was, genau. Komm. Es ist noch nicht zu spät. Ja, doch, doch, doch. Komm, zwei Marsiana noch, komm. Der kommt gleich, der Soundtrack. Danach. Soundtrack kommt schon. Mann, da ist er. Alle Marsiana geholt, Jungs. Ah, okay. Direkt für Flori, dass der nochmal rumkommt. Genau. Nicht gemeint, aber ich bin raus. Oh, der Lusche. Wer saufen kann, der kann doch flippern. Ja. Das war im Ruhrpott schon immer so. Wer saufen kann, kann auch arbeiten. Auf jeden Fall. Ja. Wie hast du heute Mittag gesagt an die Pommes-Generation? Auf jeden Fall. Nee, hat er nicht gesagt. Das gibt es nicht. Den Eiffelturm wollten wir zerstören. Und Grüezi aus Deutschland. Nämlich für deutsche Bier, aber wir können eine Flasche Jägermeister daneben stellen. Genau. So. So. Today we kick some Martians in the ass. Woo. Nice man to have you on board here. Ja. Ja. Ja, Captain. Yes, Captain. Captain Andy. Welcome. Welcome on board. Yes. Andy, das wird ein gutes Spiel. Ich habe das Gefühl. Kennlich. Das Spiel wird gut. Ja. Ja. Schönen Ufo geholt. Das ist ein tolles Spiel. Awesome. Und Leute, ihr seht, dieser Mann ist einer der besten Spieler hier in Deutschland. Ja, ja, ja. Das ist der Softbeer. Gute Freunde nennen ihn Softbeer. Nicht wahr, Flory? Hey, und Hobby ist, guten Abend. Hey. Alle dabei heute. Die ganze Gang am Start hier. Alle am Start. Hobby ist, Prost. Dann versuchen wir uns schönes Spiel hier zu machen. Hurry up. Mitgenommen. Chrome Candy Pinball, thanks for following. Thank you very much. Das gibt es nicht. Nein, da ist der Bonus weg. Yeah, yeah, yeah. Basti ist der King of Tilt. Wow. Yes, yes. Ja, ja. Sechster Ball, viertes Tilt, ne? An meinem eigenen Gerät. Das gibt es doch mal nicht. Prost, ey. Und Wolfsgeheu. Ja, Prost. Wir sind mal alle dabei heute. Jeder heute dabei. Mit am Start. Wunderbar. Dankeschön. Thank you very much to have you here on board. So. Oh. Hahaha. Alter, was ist denn da los? Schon wieder ein Tilt. Ey, können wir das noch ein bisschen abjustieren? Nein, 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 nein. Wie nicht? Nein, nein, nein. Was was ist denn? Leute, das Tilt bleibt. Nix, nix, nix. Das bleibt nicht so. Das ist leider uns spielbar das Gerät. Das liegt an dem Boden drauf. Das Tilt bleibt. Das weil der Boden so nachgeht. Ja, aber auf zu sabbeln, ey. Da kommt Jungs, Abstimmung. Ob wir da Tilt mal so ein bisschen lascher einstellen. Der Tilt bleibt hier. Der Tilt nur hier. Ja, passend zum Flipper. Ne, wir haben gesagt, wenn der Andi das jetzt nicht schafft mit dem Bier, dann kommt der nächste Mal als Masjana verkleidet. Ey, mach mal einen Strich bei mir. Ja, mach mal einen Strich. Du nutzt die Tilt-Situation auch. Ja, du bist doch selber schuld, wenn du so brutal spielst. Oh, ja, ja. Du musst ja mein Gerät mal so ein bisschen anpacken drauf, ne? So. The loser starts the game. And that's not me. Hahaha. Sorry, ladies and gentlemen. Superman. 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 Kryptonite. Ja, du bist auch mein Kryptonite. Ja, ich weiß. Ich bin auch Superman. Ich bin auch Clark Kent. Clark Kent. Ja. Superman. Ja. Sieht echt nicht einfach aus. Ja, Hobby, da hast du irgendwie recht. Also der hat, eigentlich ist der vom Gameplay total leicht. Ich werde auch gleich, wenn der Andi ein bisschen warm gespielt ist, nochmal ein bisschen was zu den Regeln sagen und werde dem Andi auch nochmal ein paar Sachen davon erklären. Im Grunde ist das Regelwerk sehr einfach, aber trotzdem tiefgreifen, dass es in Summe echt schwer und vor allem auch lange ist. Also wenn man weit kommen will, ist es heftig. Ich habe schon wieder gewonnen. Sorry, dass ich mich freue, Leute. Schade. Aber extra bei der Leuchte, aber ich habe schon wieder gewonnen. Das ist der Tilt. Wenn ich jeden Ball tilte, können wir nicht so ein bisschen... Wir lassen das auch ab, wir lassen den Strich drin. Ja, dann spiel nicht so brutal. Ja, wie denn das Spiel nicht so brutal? Ich kann nicht anders. Ja, kannst du. Kannst du. Ich muss sowieso nochmal irgendwie reingucken dringend. Andi, komm. Hör auf jetzt. Nix. Dann spiel ein bisschen softer. Geht nicht. Guck mal hier. Du machst so und es ist sofort Tilt. Ja und? Guck mal, ich habe schon drei Spiele gewonnen. Komm, Andi, komm. Ja. Ey, Leute. Aber so kommt kein Spiel zustande, verstehst du? Training hat sich gelohnt. Training hat sich gelohnt. Ja, natürlich. Der Tilt bleibt, okay? Der Tilt bleibt drin. Ich lasse den Tilt hier drin. Ja, aber der ist doch gut so. Ist der gar nicht. Guck mal hier. 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 Guck mal, wir machen den Tilt auch. Wir lassen den Tilt. Guck mal hier, ey. Boah. Wir lassen die Tilt da drin. Wir stellen die mal so ein Stück runter. Das geht gar nicht. Ach, nee. Basti ist der Tiltkönig hier. Ja, außer die Spieler. Können etwas hübscher sein. Also meinst du jetzt uns beide? Ich meine beim Andi hier. Hau ab jetzt. Nächstes Mal, ich hole mal ein bisschen Haarspray. Hau ab. Shut up, man. Lass mich ins Spiel kommen hier. Hau ab. Der leckt mich nur wieder ab. Abends, 19.30 Uhr in Oberhausen. Die Frisur sitzt. Drei Wetter taff. Drei Wetter taff. Jetzt hör auf hier. Mensch. Dann lass einen Andi aus so einem Plastikflugzeug aussteigen mit so einem Handpestchen. Ja genau. Dann hör auf jetzt. Alter. Hau hier nicht ab, du. Hau ab hier, ey. Shut up, man. Nein. Wie heißt die Metalband nochmal? Wo der eine mit dieser Haarsprayflasche immer auf dem Hügel steht. Steel Panther. Mann, hau ab jetzt hier. Geil, Jungs. Geil, ehrlich. Der leckt mich nur ab. Ja, komm, spiel jetzt. Guck mich in den Chat. Spiel. Oh, Mann ey. Medieval Madness. Sieht klasse aus, ja. Ja, der wollte ich ja nicht machen. Er ist ja sehr ähnlich, der Medieval Madness. Aber dann wird der Andi da mit den Protagonisten dann eventuell da. Hör mal, ich muss gar nicht anfangen, ne? Ich hab dich ja gewonnen. Du hast ja gewonnen. Ja, 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 du hast gewonnen. So, komm, wir zeigen euch mal. Schreib dir einen auf da. Hör mal, hier, ja. Der traurige Zettel. Ich hoffe, man kann das sehen. Andi 3, ich 2. Das werden wir gleich noch ändern. Genau. Ich hoffe, die Spiele laufen dir nicht zu lange bis jetzt. Ne, ne, ist cool. Du bist ja immer erst ein bisschen kritisch. Läuft alles super. Hast du gerade nicht nur was gesagt von 5 Milliarden? Ja, 5 Milliarden, hab ich gesagt. Da müssen wir heute noch hinkommen. Ja, hab ich ja schon. Dann bist du... Ja, ey. Boah, ey, die riecht so überheblich, ne? Ehrlich. Juhu! Hab ich doch schon. Bei den nächsten Kommentaren, ich halte hier so ein bisschen das Mikro zu. Ey, das ist peinlich, Andi. Das ist bisschen peinlich. Du kannst nicht so... Eieieieiei, Leute. Ufo, Ufo. Hör mal, und linke Rampe musst du unbedingt. So, einmal linke Rampe, einmal linker Loop, dann hast du Total Anilation. Nein, da geht er weg. So nicht. Wuuu. Jawoll. Andi ist noch ein Feier, ehrlich jetzt. Yeah. Andi und Feier. Und ich bin der Reiher. Na ja. Jawoll. Ey, 125 Songs. Ja, super. Wuuu. Und der, dass die... Entschuldigung, ja. Und der, dass sie meint, Mensch, Basti, selbst wenn Florie dabei wäre, würdest du der letzte sein. Boah, sind aber schon harte Worte, die hier fallen. Ja, das ist heute schlecht. Hör mal, Leute, haltet euch zurück. Aber ich muss dazu mal sagen. Haltet euch zurück, der Basti ist sehr sentimental. Liegt, dass er gleich noch anfängt zu bein. Wenn einer am Boden liegt, dann ist es am einfachsten da noch drauf zu treten, ne? Hey, Amadeus. Come on, rock me. Pass auf, wir müssen gleich andere Musik einschalten. Warum? Ich hab ja Heimrecht heute. Hast du Heimrecht? Ja, stimmt. Und dann wird das Laufen mit hin. Okay, ja genau, sorry. Das kann nicht sein. Oh, oh, oh. Ah, Mist. Wir haben lange nichts mehr von Drinking Flory gehört hier. Hey, wo ist der Flory? Flory, komm, schreib mal, wenn du noch lebst. Hängst du über dem Klo oder was? Komm, ey. Oh, ich hab verloren. Ne, ich hab gewonnen. So gerade eben. Wuhu. Alter. Eine Statue bröckelt, sag ich da nur, ja? So, und nochmal. Eine Statue bröckelt. Was sind das denn gesprüche, ey? Jawohl. Und der nächste. Ey, guck mal. Hallo, hallo, hallo. 6 zu 3. 6 zu 3 für mich. Yeah. Oh, 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 oh. The legend. The legend is falling. Wuhu. Captain of the German national team. That's the Basti. Oh, sorry. That's our drugs. Fun. Fun and Pinboy. Yeah. Wuhu. Da geht der. Ah, da geht der raus. Juhu. Habt ihr diesen Sprung gesehen? Was gibt das denn? Yes, yes, yes. Wuhu. Habt ihr diesen Sprung gesehen? Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, du gibst alles hier, ne? An awesome Kickback hier. Safe, 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 sagt der Pickboard-Club. Okay. Okay. Ja, wuhu. Auf dem linken Loop und auf der rechten Rampe blinken die Lampen. Extra Ball is lit. Weißt du was das heißt? Da hast du schlapp geholt. Jetzt muss ich den linken Orbit noch einmal treffen und dann startet Total Annihilation. Nimm ich jetzt. Yeah, okay. Total Annihilation. Erste Mal am heutigen Abend. First time on this stream Total Annihilation. Okay, come on. Schöner 4er Multiball. Langes Saving. Leider ist die Barriere nicht unten. Sonst könnten wir da direkt nochmal ein schönes UFO wegkauen. You see our Captain from the German National Team. Wir haben jetzt den Martian Multiball stacked with Total Annihilation Multiball. Wuhu. Ja, das war bei den WPC. Bei den Kisten war das auf jeden Fall schon möglich, dass du so vereinzelte Modis dann schön aufeinander staten konntest. UK Pinball Club means awesome. Yeah, that's awesome. Schöner, schöner, schöner Multiball. Schöne Animation. Very nice Multiball. Nice Animation. Very cool. Multiball was bad. Sorkoflag, komm. Blitzangriff. Was? Hüpfende Marsmenschen? Oh, den kennt man. Oh, den hat man selten im Modus. Ich glaube jetzt hüpft immer nur ein Marsianer. Ja, genau. Den habe ich glaube ich erst einmal gehabt oder so, den Modus. Okay. Okay. Ja. Hast du. Wie viele Punkte bringt das? Noch zwei Mars Bombs. Okay. Ja, aber... Keine Ahnung. Ja, Mars Bomben sind die, die du zünden kannst, wenn du die Marsiana attackierst. Aber weißt du was? Jetzt könnte ich versuchen da rein zu schießen, dass ich den Marsianer Mode kriege. Weil dann könnte ich da mit dem Zweier Multiball auslösen. Weißt du was ich meine? Weil dann hätte ich wieder kurze Zeit einen Saver. Okay. Und ich hätte zwei Bälle. Ja, vergeig dir nicht, vergeig dir nicht. Aber du hast ja Schuhe gegeben. Aber weißt du, wenn ich jetzt Sorkoflag und Marsiana machen würde, könnte ich den Multiball kriegen. Ich habe zwei Mars Bomben. Okay. Okay. Pinball Club. Unlucky. What a game. Safe. Oh mein Gott. Mein Gott. Saver. Saver. Guck mal, ich bin immer noch bei Italy, ne? Ja. Wir müssen den Mars attackieren. Der ist auch schon ein geiler Modus. Da machen die einen eigenen Mode draus. Da hat ein bisschen andere Animationen und so. Weil jetzt musst du ja immer verteidigen die Städte. Und das ist... Jetzt verkack ich's auch noch. Weil ich hier rede. Ja. Hättest du mir nicht geredet. Tut mir leid Jungs. Supercool. Supercool. Sorry. Ich wollte gerne den Mars holen mit euch. Ja, ja, ja. Yeah. Woo. Oh. 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 Jetzt ist es mir warm. Jetzt ist es mir warm. Hast du einen Moonwalk hinter mir? Mach doch mal ein bisschen langer. Ja mach doch da. An den mittleren Rad. Das kriegst selbst du ihn. Ich bin ein bisschen. Do you mean I am the one who dance in the room? Mach dich für dich. Noch mal der Aufruf. Herrenloser Tätowierer aus Dienstlaken wäre kostenlos abzuholen in Oberhausen. Nein, im Smallland. Im Smallland. Geile Playlist. Ja genau. Hat der Dasti das geschrieben? Ja klar. Geiler Flipper, geile Playlist. Genau. Ja viele wussten das nicht, aber der Andi war früher Background-Tänzer bei Michael Sixx. Ich war weg. Wie hieß das auf jeden Fall noch mit den Zombies? Das war einer von denen, der aus dem Grab rauskam. Normalerweise wollte keiner mehr ausbuddeln, aber der von alleine wieder kam. Ich spiel nicht. Ja, 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 ja. Yes. Uh. Who dance on the floor in a round? Ach, ich bin ja links. Aber guck mal. Du hast doch eh mal Saber. Uh. Uh. Don't think twice. Ha, du bist gut. Okay. Egal. Du hast ja gar nicht so eine Nase gemacht wie der Maiko, hast du, ne? Ne, hab ich nicht. Geile Playlist, geile Flipper, geile Typen. Ja, jawoll. Dankeschön. Und geile Zuschauer. Anni, es gibt alles, hauen die Masianer da weg. Los, komm. Jetzt aber. Langer Schuss. Hat er. Noch den rechten. Ah, schade. Hast du keinen drauf. Hast du keinen gehabt? Na gut, drei hab ich gehabt, der vierte wollte nicht. Das ist wieder 1,4, ey. Ich hab nur die Keramik. Ey, da war aber still. Das kann nicht sein! Habe ich gewonnen? Yes! Ich glaube, heute ist der erste Tag gekommen, wo ich die Tagesliste gegen dich verliere. Alter, du hast ja das beste Spiel gemacht, ne? Aber du hast bis jetzt die meisten... Marius! Sei gegrüßt. Du hast aber bis jetzt die meisten verloren. So. Neun zu sieben. Ja, Wade Kirby, du hast vieles nicht mitgekriegt seit heute. Ja, genau. Und das ist auch gut so. Glaub ich. Es läuft für mich nicht so. Ich hab nicht mal ein Blatt Papier gefunden. Ey, voll die arme Socke hier. Aber... Wuuuh! Ein grandioses Spiel gehabt. Über 20 Milliarden. Und dann war... Ja genau, das hast du gehabt. Die Eins und danach war was... Das stimmt ja auch nicht. Mach mal leiser da. Ja, ja. Ruhrgebiet. Ah, yeah. This is a German song. Haha. Okay. Ruhrgebiet hab ich noch nie gehört. Was? Ruhrgebiet hab ich noch nie gehört. Ja. Das Lied? Wenn du das Lied nicht kennst, ne? Moment, Moment, Moment. Okay. Das kennst du. Ehrlich? Kenn ich das? Ja. Die Sonne versinkt. Komm, du musst singen! Ich kenn das nicht! Ich kenn das nicht! Das kannst du erst rein zusammenschneiden. Du siehst genauso aus wie der. I don't know this song. Yeah! Wolfgang Petry. A famous German singer. Das Gold, eure Seele aus Stahl. Wir sind das Ruhrgebiet. Und weg den Wald. Juhu! Oktoberfest im Ruhrgebiet hier. Du siehst genauso aus wie der. Ehrlich? Ja! Ja, bisschen. Das ist das Ruhrgebiet. Also, heute nehmt mehr. Heute sieht hier anders aus. Ja, ich weiß. Ey, geilomat. Das ist Ruhrgebiet. Yeah! Du siehst zwei lustige deutsche Leute hier. Oh, wow, 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 wow. Wir zusammen feiern, ist uns alles egal. Ja, wir fangen und was kann los. Mit euren kranken, noch nicht mehr los. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. Das hier hat recht. Ja! Das hier hat recht. Oh, yeah! Oh, wow, wow, yeah. It's like me! Yes! Das ist ja. Das ist ja. Damals als deine Haare noch blond waren. Ganz genau. Das Ruhrgebiet bin ich, das kennst du doch das Lied. Ja, hab ich vielleicht schon mal gehört, aber wir kennen halt nur Hölle 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 und so ein Kram. Du müsstest doch was von Flippern singen. Wir sind das Ruhrgebiet. Dann müssen wir aber echt wieder andere Musik machen. Sonst gerät der Stream in eine völlig falsche Richtung. Ja, das ist ein Song von Oktoberfest. Ja. 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 Wir sind das Ruhrgebiet. Die Ruhr, die mich süchtig macht. Das endlich nie gedacht. Komm und euch nicht mehr los. Wir sind das Ruhrgebiet. Die Ruhr, die mich aufgeschrieben. Ja, sehr, sehr lustig. Die Freundschaft zählt. Wir sind das Ruhrgebiet. Ich hab den Song geschrieben damals. Nein, ich weiß nicht. Oh, wow. Thank you very much for this awesome German Song. Wuuu. Jawoll. 13 zu 9. Ohohohoho. Ey, Alter, das ist ja voll der Niedergang, ey. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Dein Training zahlt sich aus. Und das an deinem eigenen Gerät. Ja. Quasi Heimspiel. Schlimm, ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als ein Heimspiel zu verlieren. Ja, ich auch so, oder? Das muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Leute. Was soll ich sagen? So, hier noch mal eben. Ich hab noch mal eben. Ich hab noch mal eben hier die Strichliste hier. So. Look at this. Mi. 13 zu 9. Basti. Leute. Es gibt nichts Besseres, als den Hausherrn zu schlagen. So, okay. Sollen wir noch mal kurz auf groß hier. Genau. Leute. Ja, sehr schön, dass ihr dabei wart. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Andi macht bestimmt noch mal die eine oder andere Trainingssession zwischendurch. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Dabeisein. War ein awesome Stream. Genau. Dankeschön. Thanks to the UK. To the USA. And to Finland, glaube ich auch noch. Und Deutschland natürlich. An die deutschen Zuschauer. An die deutschen Zuschauer. An die deutschen Zuschauer. Wolfsgeheult. Zugabe beim nächsten Mal. Genau. Wir sind raus. Leute. Vielen Dank in the awesome Stream. And next Stream, Sunday, 7 p.m. Central European Time on this channel. Please join us. Follow us. And dankeschön fürs Dabeisein. Bye from Germany. And have a good week. Bye, Ryan. And see you next time. Thank you very, very much. Bye.